Wir betieste Wäsche? Oh scheiße, ja! Bolivien? Na, Bolivien ist auf jeden Fall angenehmer als Russland. Ach ja. Und wieder warten. Und wieder warten. Zugucken. Abwarten. Bevor wir uns versahen, waren wir über Südamerika, im Auftrag einer Behörde, die wir nicht nennen durften, mit einem Vorgesetzten der Einheiten, die wir uns tagtäglich in den Tod schickt. Technisch gesehen, hatten wir mehr Glück denn je. Dieser Aguirre ist also ein hohes Tier vom CIA, das hier allein unterwegs ist. Aha. Er fällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Hey, Flynn, richtig? Wann kommen wir an? Flynn? Mr. Pilot, Sir? Komm schon mal. Ach scheiße, Mann. Ich hab nur... Augenblick, Mann. Ich hab meine Kippen verlegt. Und ein anderer Typ könnte deine Kippen geben. Ich weiß es Dienstag, Mann. An Dienstagen läuft nie irgendwas rund. Wann sind wir denn endlich da? In ein paar Minuten. Heute ist nicht Dienstag, heute ist Sonntag. Was haben wir denn da? Oh, Panzerfaust! Panzerfaust! Hab ich gesehen? Was hat denn das denn? Diese billigen russischen Panzerfäuste sind einfach, Mann. Wäre das der Chaplain gewesen, hätte ich was echt riskantes machen müssen. Könntest du uns zur Landezone bringen, bevor ich noch was richtig riskantes machen muss? Kein Problem. Du bist der Boss. Zentrale hier Ghost Rider. Bestätige Absetzung von 6449. Sieht ja aus wie bei Rainbow. Ja, schön abseilen. Ach, einen abseilen könnte ich dann auch mal. Mach ich dann, wenn ich hier fertig bin. Okay, also das sieht ja schon mal toll aus. Also landschaftlich. Mit Mücken im Nacken. Das Wasser sieht toll aus. Da oben. Da oben. Also man könnte wirklich denken, man ist in Bolivien. Also jetzt, ganz ehrlich. Das atmosphärisch. Ist das schon? Hallo, erste Güte hier. Okay. Also die Geräusche, die Vögel. Die Mücke, die mir auf den Keks geht. Könnte eine verdammt kurze Mission werden. Alle Mann mitkommen. Augen auf meinen. Verdammt kurze Mission ist gut. Hier ist ja eh alles nur gescriptet. Deswegen wird die Mission auch relativ kurz. Was haben wir denn? Okay, wir haben den. Die und die ist eigentlich cool. Okay. Oh, lass mich mal gucken. Sieht toll aus. Hört mich. Okay. Genau. Hier ist es. Mhm. Was war denn mit dem eben? Wo sind sie denn hin? Ach ja. Da kann man... Hm. Also, das nervt. Gehst drei Schritte, leifst irgendwo rum, guckst dir die schöne Gegend an und dann plötzlich geht das wieder los von vorn. Verbringt man echt mehr Zeit mit Zugucken als mit Zocken. Wir verschwenden unsere Zeit. Wartet mal. Scheiße, Mann. Der Typ ist maulsetot. Sollen wir hier auf dem Präsentierteller auf CSI New Jersey warten, die uns dann sagen, was wir eh schon wissen? CSI New Jersey. Maguire lebt noch. Ansonsten hätten sie die Leichen hier weggeschafft. Wir haben noch zehn Minuten. Hauptsache, hier passiert noch was. Ansonsten ist das Ding hier durch. Das passt zusammen. Also los geht's. Fluss aufwärts. Okay. Sag's Flynn. Flynn ist weg, Hex. Das wird ja besser und besser, hm? Ah, wir haben Gesellschaft. Wir haben Gesellschaft.